hallo und willkommen bei modellbau 126 so ich habe euch an dem anderen video den bmw gezeigt von mir und jetzt zeige ich euch den mustang von klaus ist auch polizmodell wie ihr sehen könnt und wir haben ein bisschen eine andere basis wir haben keine leitbar sondern wir haben zwei einzelne blaulichter auf dem dach der klaus wird mir sicherlich das eine oder andere noch mehr dazu sagen können oder mich berichtigen wenn ich irgendwas falsches erzähle was ganz ganz große klasse ist beim klaus er hat vorne richtige scheinwerfer eingelassen in die aufkleber quasi könnt ihr das sehen ich denke schon müsste man erkennen können das ist natürlich richtig richtig genial also ein richtiger metall scheinwerfer kann man das einigermaßen da erkennen ich hoffe man sieht das licht ist ein bisschen schwierig aber das müsste eigentlich passen so dann würde ich sagen schalten man das ganze mal ein damit ihr seht was hier wie und wo läuft ja auch von mir hallo ja bei meinem modell ist bei weitem nicht so viel licht verbaut wie beim alex aber ich bin da ganz stolz darauf also auch hier das licht ist über die fernsteuerung einschaltbar das ist jetzt die grundversion auch hier sind schalter angebracht ich habe mich für hinten entschieden sind also hinten eingebaut leider fehlen noch ein paar leds wir an den rücklichtern seht das kommt aber noch so um das licht umzuschalten wäre quasi dieser schalter dann dafür da ja so schaut es dann aus wenn er richtig läuft jetzt haben wir die unteren flashen genau und der boden ist jetzt normal und natürlich auch bei mir die sirene zuschaltbar was ja auch zum polizeifahrzeug gehört es werden wohl noch ein paar blau lichter auch in die schalte scheibe mit rein kommen die sind aber leider noch nicht montiert ok schauen wir uns das ganze mal von innen an schalten wir diese runde wieder aus so nehme ich die karo einfach mal ab das blaulicht machen wir jetzt mal aus gut dann schauen wir mal rein in das gute stück jetzt der bobbe wollte nicht dann müssen wir noch ausstecken ok klaus ist die ganze geschichte natürlich wunderbar aufgeräumt der hat sich richtig mühe gegeben beim kabel verlegen wir haben hier als ein und ausschalter so aus der not heraus ein servo genommen und ein umschalter also on off und damit kann ich das ganze mit dem aux anschluss auf der fernbedienung kann ich das ein und ausschalten dann haben wir die ganze elektronik box die sorgt halt dafür wie die einzelnen lichter angesteuert werden was auch ganz große klasse sind hier hinten diese lampen kästen die der klaus aus karbon selbst gebaut hat wo er die leds einlässt ist eine ganz prima sache hier sieht man es noch hier sind löcher drin könnt ihr das erkennen und da dahinter also da werden die leds eingesetzt und dann verklebt fertig aus dann haben wir hier wie bei mir auch die unterboden beleuchtung die sirene die stromversorgung ist ein 9 volt block der ist völlig ausreichend für das ganze was können wir noch dazu sagen die scheiben sind getönt also von außen schwarz aber lichtdurchlässig genau die haben wir mit autotönungsfolie getönt ist also eine richtige kfz-tönfolie und die funktioniert wunderbar ja sehr viel kabel gewirr hier ist die sirene diese kleine genau so einen kleinen tipp wenn ihr heißkleber auf die karosse direkt drauf gebt sollte sich da irgendwas sollte irgendwas falsch machen und den abziehen reißt der lack von der karosse deshalb haben wir also überall doppelseitiges klebeband verwendet und da drauf den heißkleber die kabel dann verklebt so wie man das überall hoffentlich sieht ja das ist verbindung zum fahrzeug hier sieht man es überall das einfach klebt nicht den heißkleber direkt auf die karosserie um einfach zu vermeiden dass der lack mit abgezogen wird wenn irgendwas korrigiert werden muss genau das ist ein ganz nützlicher tipp ja ich hoffe euch gefällt der mustang wie gesagt wenn ihr irgendwas dazu habt anregungen fragen ideen was auch immer genauso wie beim bmw einfach in die kommentare ich versuche auf jedes noch so kleine noch so kleinen kommentar zu antworten außer es ist der absolute blödsinn da werde ich nicht antworten das werdet ihr schon sehen und diese kommentare verschwinden auch ja also irgendwelchen müll braucht ihr bei mir gar nicht schreiben weil ihr fliegt raus ansonsten könnt ihr gerne pns schreiben kommentare was auch immer unsere karosserien sind komplett handgearbeitet also lackiert und die ganzen innereien selber eingebaut das heißt wir sind ziemlich stolz drauf jeder muss selber seine vorlieben bauen wie er das meint wir glaube ich haben unsere geschmacksrichtungen voll getroffen ja es gibt das ein oder andere noch was man verbessern kann aber vom großen und ganzen ich bin sehr zufrieden mit dem was da draus geworden ist und ich denke das passt ganz gut gut alles dann wir wünschen euch alles gute wenn ihr fragen habt fragt genau ich hoffe das video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten macht es gut bei modell 126 genau Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe es noch nicht gesehen. Das ist sehr gut, aber ich lege. Sobald er wohl, du lernst es schon mal. Das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020